Hallo und herzlich willkommen in der neuen Folge LF19 auf der Mühlenkreis Mittelland. Wollen wir hier weiter machen? Erstmal mit der GPS aktivieren. Das ist Feld 12. Da haben wir es. So schalten wir ein und das. Let's go. Und das ist das letzte Feld. Obwohl wir die Reifen müssen. Also noch zur Seite. Aber das ist ja schon kurz. Und es sieht aus, dass jetzt das letzte Feld ist Ich mag es mal ansehen müssen und dann passt das schon hier. Drei Runden denke ich mal vorgewinnen, bis das alles passen. Dann schlaue ich jargte. Hier passt alles. Das ist der nächste Mal alles. Ich würde mich noch mal drücken gehen. Alles, also. und eventuell die Saat gut holen wieder meinen Überrest geseitigt vom Stroh auf der Zwölf hier haben wir ja Karstet glaube ich drauf ich muss jetzt mal die Katze wegnehmen bis jetzt wieder vom Bild aber jetzt passt das soo ach mensch Katze soo jetzt machen wir den Zebra Look hier haben wir eine große Extremmeldung und so gut ist das Feld dann wieder schön aber ich musste mal gucken wo ich eventuell hier für den Eis und den Karstet Lichtungszweck im Bastel soo 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 ich habe mir meine Überreste gemacht ich muss mir den nach oben weg soo 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 Schade, schade, schade. Oh, man kann ja nicht lesen. So, ich bin da hier dazwischen. Ich bin jetzt hier. Ich ziehe gerade an den Feldweg. Da bin ich hier. Aber sonst hätte ich genug Kralle gezogen. Mist. Jetzt bin ich extrem komplett. Äh. Vielen Dank. So, jetzt muss ich mal spenden, weil ich es nicht mitnehmen kann. Nicht ganz. So, jetzt machen wir das. So, jetzt machen wir das. Vielleicht sind wir fertig. Ich bin schon fast 12 Stunden, jetzt erstmal aber vorkracht, gut ab. Es ist wie ein paar andere Plätze geschafft. Die haben in der Ferien gesät. So, vorletzte Beine. Mal gucken, wo wir so ein paar Stilus eventuell hinstellen. Kalfieler habe ich schon nie die anderen Dinger. Kalks, Saatgut, Festdinger, Flüssigdinger und Kräutbekämpfungsmittel. So, zweit ist es zweit. So, zweit ist es zweit. So, zweit ist es zweit. Und die haben fertig. Äh, Quatsch. So, erstmal zum Kärschung. Fähne machen. Wir könnten noch eins hier machen. Guck mal, wo sind denn Landdienstbehörs? Guck mal, wo sind jetzt jetzt nochmal der Fluss? Wisschen, Wisschen. Wisschen, wir wollen дети. Die schlambe nochmal. So... So... Oops. Das ist eine Fache. Ops. Das ist noch mal schief gegangen. Aber geht schon alles. Eine Festdüngung brauchen wir erst mal nicht. Das hier kann man sich mal sparen. Dann haben wir wenigstens noch eine Festdüngung. So, ein Stück zurück setzen. Zubel mal ab. Jetzt stehen wir im Moment. Es soll stehen halt nur die Halle. So, jetzt gehen wir mal hier und ansteigen. Schau. Gebäude. Habe ich das von Willingwell drin oder anders? Jawohl. Pum pum. Silo Saatgut. So, muss ich das Saatgut Silo sagen. Dann setzen wir hier so hin. Mal ein Stück vor, dass wir so vorbeifahren können. So, Hammer. Saatgut Hammer. Oh, nee, nee. Kalk. Verkauf Kalk. So, ich muss schon drehen. 180 Grad. So, die Sorge. Das lässt man sich hier hin. So. Viertel also Flüssigdünger. So. Viertel also Flüssigdünger. So. 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 das andere das gelbe das muss jetzt so rum das muss jetzt mal so reingesicht drehen haben wir alles gesetzt, so sparen wir alles ich brauche die hier das passt ja für das passt ja für das passt ja für Untertitelung des ZDF, 2020 So, let's go So, let's go So, let's go Let's go So, 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 let's go